Plus 5 Erfahrung Und es macht uns die Tür auf Achso, da konnten wir vorher gar nicht durch, gut Dann würde ich jetzt gerne einen Speicherpunkt finden, wenn das denn möglich wäre Und ich werde zu Elko wieder wechseln Der mit seinem kleinen Jetpack auf dem Rücken So, erstmal die Küsten hier zerstören Der macht es mit einem Handschlag Moskito-Saugstachel Und weiter Und ein Kampf, wie ich annehme Und kein Kampf Gesperrt, doch ein Kampf Okay, das ist also unsere Pistole, sehr interessant Und mal gucken, woher die Gegner kommen Da kommt der Gegner Der macht mehr Schaden als die Dings Da, die Äh, als die Die ist noch auf Ah, Moment mal Buki auf Verteidigung Das ist ja was Ich, äh, zieh mal hier so ein Oh, 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 oh Das ist aber nicht, nicht sehr weit Wow, Heureka Das war aber effektiv Ja, er schießt aber nicht so schnell Wie, äh, Aisha So, das sind noch mehrere Gegner Gut, das wird alles mal mit Buki Okay, wo ist das für eine Attacke war Ah, okay Das ist ein relativ ähnliches Prinzip Weil, dass wir immer wieder hochschlagen können Außerdem Wirst auch du, mein lieber Elko Auf Verteidigung gehen Und der Kampf ist vorbei Gut Dann mal weiter Und bitte speichern Schnell speichern, bitte Schnellen Speicherpunkt Egal Gut, dann machen wir das jetzt hier Indem wir So, ja, Leute Ich werde jetzt hier einen Schritt machen Denn die Zeit ist vorbei Und ich sage, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder Und, äh, ja, bis dahin Für Spaß mit den Videos Euer Hedi